Er würde mit Sicherheit behaupten, der Club sei lediglich ein Treffpunkt einsamer Herzen. Und das Kartenspiel sei nichts als ein harmloser Zeitvertreib. Also glauben Sie mir, Hunter weiß, wie man seinen Kopf aus der Schlinge zieht. Aber wir können es doch nicht stillschweigend hinnehmen, dass heute oder in den nächsten Tagen sozusagen vor unseren Augen ein Mord geschieht. Da muss man doch irgendetwas tun können. Offengestanden wüsste ich nicht was, Humphrey. Also wie gesagt an diesen Hunter, da komme ich einfach nicht ran. Aber Henderson, nachdem wir wissen, wer das Opfer sein soll, muss es doch zumindest möglich sein, den bevorstehenden Mord zu verhindern. Ach, Sie meinen, indem wir das Opfer beschützen? Na, selbst das wird schwierig sein. Wir haben ja nicht einmal die Adresse von diesem, diesem Mr. Malthus. Richtig, Malthus. Ja, wissen Sie wenigstens seinen Vornamen? Nein, leider nicht, aber... Sag mal, Gerald, da hat Mr. Malthus nicht davon gesprochen, dass er Apotheker ist. Ich glaube, ja. Das nutzt uns leider auch nicht zu weit. In unserem Adressbuch sind keine Berufsbezeichnungen angegeben, wie Sie wissen. Naja, und der Name Malthus dürfte ja in London einige hundert Mal vorkommen. Aber als Apotheker muss er doch im Mitgliederkatalog der Londoner Pharmazeutischen Gesellschaft verzeichnet sein. Im Mitgliederkatalog... Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Und... Ja... Und... Ja, ich glaube, es ist ein ziemliches Mal. Und das ist ein sehr, 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 sehr. Vielen Dank.